Wo kann man eine Wickeltasche kaufen? Wickeltaschen findest du im Fachhandel für Baby- und Kinderausstattung. Sowie in verschiedensten Bekleidungsgeschäften. Aus welchem Material besteht eine Wickeltasche? Wickeltaschen können aus ganz unterschiedlichen Materialien verarbeitet sein. Von Stoff über Leder bis hin zu Polyester. Bei vielen Anbietern, die sich auf individualisierte Wickeltaschen spezialisiert haben, kannst du die einzelnen Materialien selbst auswählen. Was kosten Wickeltaschen? Wickeltaschen gibt es in allen Preiskategorien, von der günstigen Billig-Alternative bis hin zu luxuriösen Designer-Produkten. Somit findest du eine zweckmäßige Tasche für einige wenige Euro genauso wie eine perfekt zu deinem Style passendes Produkt von renommierten Modeherstellern. Wie groß sollte eine Wickeltasche sein? Die Größe der Wickeltasche hängt ganz von den individuellen Anforderungen ab. Von sehr kleinen Modellen, die Platz für nur das Nötigste bieten. Bis hin zu riesigen Taschen, in die sich alle Baby-Utensilien verstauen lassen, findet man ein breit gefächertes Angebot. Was zeichnet eine Designertasche aus und worin liegen deren Vorteile und Nachteile? Eine Variante der Wickeltasche sind die Designertaschen. Diese Taschen heben sich durch ausgefallene Farben, Formen und Designs von anderen Modellen ab. Somit kannst du deine Tasche passend zu deinem persönlichen Stil aussuchen. Was zeichnet einen Messenger-Bag aus und worin liegen dessen Vorteile und Nachteile? Messenger-Bag-Wickeltaschen haben eine rechteckige Form und einen langen, breiten Schultergurt. Diese Taschen werden schräg von einer Schulter zur anderen getragen und ähneln der klassischen Umhängetasche Die Wickeltasche in Form einer Umhängetasche wird oft auch Schultertasche genannt. Eine Umhängetasche kann angenehm über die Schulter getragen werden, so dass du beide Hände frei hast. Viele kleine, voneinander getrennte Fächer kennzeichnen diese Taschennaht. Was zeichnet ein Wickelrucksack aus und worin liegen dessen Vorteile und Nachteile? Zuletzt gibt es noch den Wickelrucksack. Der Rücken der Eltern ist meist ohnehin sehr strapaziert durch das Tragen des Babys. Der Wickelrucksack bietet die Möglichkeit, dass du das Gewicht bequem auf den Schultern verteilen kannst. Ein weiterer Vorteil des Wickelrucksacks ist, dass du die Hände frei hast und dich somit jederzeit um dein Kind kümmern kannst. Was gehört in eine Wickeltasche hinein? Wickeltaschen sind von der Geburt des Kindes an ein unerlässliches Produkt, das den Alltag sehr erleichtert. Denn unterwegs mit Baby oder Kleinkind kommt es immer wieder zu Situationen, in denen das richtige Zubehör schnell zur Hand sein muss, mit der passenden und gut sortierten Wickeltasche ist man gut darauf vorbereitet.